Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einem neuen sommerlichen Schalvideo. Ich habe hier einen Baumwollschal gemacht aus solcher Bändchenwolle, aus solchem Bändchengarn. Super einfach im Granny-Style, also mit diesem Dreierpäckchen gehäkelt, um Luftmaschen herum, sind grundsätzlich alles Stäbchen und Luftmaschen. Und wie es genau funktioniert, welche Wolle, welche Nadel ich verwendet habe, seht ihr natürlich alles jetzt. Ganz, ganz viel Spaß dabei. So ihr Lieben, los geht's mit der Fashion Color Spin hier von Rico Design in diesen süßen rosa Tönen. Es ist verschiedene Pudertöne drin, hier auch so ein leichter Braunton, hier sehr, sehr helles Beige mit drin, hier so ein leichtes Aprikot. Sehr, sehr schön aufeinander abgestimmt, Schnäppchenwolle habe ich im Angebot gekauft für 3,14 Euro. Farbe heißt Nummer 3 tatsächlich und wir schauen noch einmal auf die Angaben. Wir haben das Ganze hier für 6er Nadeln. Ich häkel es tatsächlich auch mit der 6er und wir haben hier 100 Gramm auf 200 Meter, 100% Baumwolle. Und los geht's einmal. Ich hole mir hier hoffentlich möglichst das Zentrum heraus, um hier gut den Anfang hinzubekommen. Komm mal schauen, ob ich das hinkriege. Oh, okay. Das war ein bisschen schlecht von mir. Das werde ich wahrscheinlich neu aufwickeln müssen. Aber jetzt lässt es sich doch deutlich besser hier rausnehmen. So. Wahrscheinlich wäre es hier sinnvoller gewesen, es doch mal von außen zu häkeln. Aber ich bin jetzt dabei und dann wird das Knäuel eben gleich einmal neu gewickelt. Hier habe ich jetzt tatsächlich den Start und los geht's. Die Wolle kommt erstmal zur Seite. Damit beschäftige ich mich gleich, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Ähm, ja. Ich schlage eine Luftmaschenkette an. Und zwar ein Vielfaches von drei nehme ich. Und dann nochmal zwei zusätzliche Maschen dazu. Das werden bei mir 20 Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, plus zwei, eins, zwei sind dann 20 Maschen. Die habe ich dann hier liegen. Ich drehe dann alles einmal um und häkel dann als nächstes in die sechste Masche. Also ich lasse die ersten fünf aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf lasse ich aus. Das ist die sechste Masche. Da steche ich das erste Mal rein. Und dort häkle ich direkt drei Stäbchen. Eins. Zwei. Und Nummer drei. Alle drei Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Dann habe ich das hier fertig. Und nehme eine Luftmasche. Ein bisschen Wolle nach. Und lasse dann zwei Maschen aus. Steche in die dritte Masche ein. Und häkle wieder drei Stäbchen. Erste Stäbchen. Nächsten Umschlag nehmen. Wieder einstechen. Zweite Stäbchen häkeln. Und das dritte Stäbchen. Dann wieder eine Luftmasche nehmen. Wieder zwei Luftmaschen auslassen unten. Und wieder drei Stäbchen häkeln. Hier wieder zwei Luftmaschen auslassen. Und wieder drei Stäbchen häkeln. Luftmasche. Und wieder zwei Luftmaschen hier auslassen. Und hier wieder ein Päckchen häkeln. Vorher natürlich den Umschlag nehmen. Nicht vergessen. Stäbchen. Stäbchen. Und ein drittes Stäbchen. Eine Luftmasche. Und dann häkle ich in die letzte Masche. Ich habe noch zwei übrig. Ein Stäbchen hinein. Ein Stäbchen. In die allerletzte Masche häkeln. Und fertig ist meine erste Reihe. Und ihr seht, ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf von den Dreierpäckchen gehäkelt. Und die Außenbereiche hier mit einem Stäbchen und mit der Luftmaschenkette vom Anfang. Weiter geht es mit Reihe Nummer zwei. Dafür schlage ich vier Luftmaschen an. Drei, vier. Dann einmal drehen. Dann geht es hier direkt zwischen diesen beiden Päckchen weiter. Hier. Hier um die Luftmaschenkette häkle ich jetzt herum. Und da kommt das erste Päckchen meiner nächsten Reihe hin. Dafür häkle ich wieder drei Stäbchen. Jetzt einfach um die Luftmaschenkette herumstechen. Nach dem gehäkelten Päckchen nehme ich eine weitere Luftmasche zur Überbrückung dieses Päckchens. Und dann geht es schon um die nächste Luftmasche herum weiter. Und dort häkle ich wieder drei Stäbchen. Zwei und Nummer drei. Dann wieder eine Luftmasche. Dann geht es hier um die nächste Luftmasche herum weiter. So, dann habe ich in dieser Reihe vier Päckchen gehäkelt. Und häkle dann hier noch ein halbes Päckchen, beziehungsweise ein zweidrittel Päckchen, um die Luftmaschenkette der Vorreihe herum. Das ist dann der Rand, den ich in dieser Reihe mache. Weiter geht's in Reihe Nummer drei. Dafür starte ich wieder mit vier Luftmaschen. Einmal umdrehen. Und dann häkle ich hier um die erste Luftmasche herum. Die hier direkt nach dem zweidrittel Päckchen liegt. Und häkle dort ein neues komplettes Päckchen hinein. Dann eine Luftmasche. Und weiter geht's hier um die Luftmasche herum. Stäbchen. 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 Luftmasche. Und dann hier um das nächste herum. Stäbchen. 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 Luftmasche. Und hier um das nächste. Stäbchen. 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 Und das dritte Stäbchen. Dann eine Luftmasche. Und hier außen häkle ich dann wieder ein halbes Päckchen mit dran. Stäbchen. Stäbchen. Und ihr seht auch hier vier und die zwei einzelnen. Und so entwickelt sich das Ganze dann immer schön weiter. Ich starte jetzt in die nächste Reihe wieder mit vier Luftmaschen. Und beende das Ganze dann außen gleich wieder mit den beiden einzelnen Stäbchen. Beziehungsweise mit dem Zweidrittelpäckchen. Kann man nennen, wie man möchte. Also so entwickelt es sich dann weiter. Und ich gebe euch natürlich gleich nochmal ein Update. Und hier kommt jetzt das Update für euch. Ihr seht, ich habe hier gestartet mit dem hellen Puderton. Dann ging es hier rüber zu dem etwas dunkleren. Dann habe ich hier diesen etwas bräunlichen Ton. Und bin gerade hier bei diesem tatsächlichen Rosa angekommen. So ein helles Puderrosa. Und da bin ich momentan. Also ich habe jetzt den vierten Farbabschnitt. Und schon so ungefähr 50 cm gehäkelt. Ich habe auch noch einiges an Wolle vor mir. Und hier habe ich jetzt die Luftmasche genommen. Und es geht weiter mit Stäbchen. Lässt sich übrigens sehr, sehr schön häkeln. Hier habe ich jetzt tatsächlich eine Schlinge nicht erwischt. So und nochmal. Stäbchen. Stäbchen. Und ein drittes Stäbchen für dieses Päckchen. So ihr Lieben. Inzwischen bin ich am Ende des Schals angekommen. Beziehungsweise am Ende der Wolle. Und ihr seht, hier fehlt tatsächlich jetzt noch ein zweites Stäbchen zum Abschluss dieser Reihe. Sind ungefähr 160 cm geworden in der Länge des Schals. Also wirklich sehr, sehr schön. Hier noch einmal rum. Und dann das letzte Stäbchen. Ich ziehe die Wolle dann einmal komplett raus. Und kann die dann kürzen und vernähen. Und hier seht ihr jetzt nochmal so die verschiedenen Farbbereiche, die ich hier habe. Viele eben von diesen schönen Pudertönen. Hier so ein bisschen in das Orange rein mehr. Hier haben wir dann das ein bisschen bräunlicher. Und hier nochmal wirklich dieses sehr, sehr hübsche Puderrosa am Ende. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.